Ja, das muss auch viel zum weiter ausbauen. Aber das One-Headed alles schon, warum soll ich das weiter ausbauen? Damit es noch mehr One-Headed. Hast recht! Der Blitzturm. Der ist voll cool, der Blitzturm. 1078 Schaden pro Sekunde jetzt. Oh Gott. Alle Ton pro Sekunde, die anderen schießen. 1078 alle sechs Sekunden. Kommen drei Ogre wieder. Ist doch easy zu verteidigen. Voll pfissig. Ich warte auf die U-Glappe. Ich warte auf die U-Glappe. Ich warte auf die U-Glappe. Der ist von mir erschienen. Es gibt aber drei U-Glappe. What the fuck? Der Tower, der U-Glappe hier haut aber. Nein, der verdammt erst durch. Soll ich dir helfen? Ja, gerne. Kann ich helfen. Ah, den Tower schaffe ich noch. Da ist ein Ogre. Ich merke es. Da ist ein Ogre auf jeden Fall. Ja, war klar. Oh, hier ist noch ein Ogre. What the fuck? Okay, das sieht aus. Verloren. Und das ist noch verloren. Oh. Da waren auf einmal so viele Monster. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Das Bonus Level ist dämlich. Ich will was anderes. Ich will mal den Knappen ausprobieren. Oh, das morgen machen! Warte mal. Genau. Ah ja, genau. Hier kann man Helden tauschen. Das ist meine Knappe. Julian! Ja, Julian. Guck mal, dass der für coole Tower hat. Ja, ja. Das ist voll die geile Wand. Ich liebe diese Wand. Hat schon lange gedauert. Oft schon. Na, das Ding ist noch geiler. Anders zurückstoßen. Ja. Die machen so fett. Damage hier, die Teile. Das nächste Ding wäre Bolzen schießen. Aber das kann ich halt noch nicht. Erforderlich dafür ist Level 7. Und ich bin Level. Sex. Oh, ich warte. Ich kann aber Level abgehen. Und ich bin. Ich bin. Oh. Oh, ups. Allein mit denen hier habe ich bereits 597 Leben. Keks. Ah ja, jetzt kann ich das Abunen verschließen, benutzen. Mal gucken, wie das ist. Hat wie der Feuer die Range. Sieht echt cool aus. Oh, ich mach meinen Champ so schnell. Nein, da nicht mehr, halt mir jetzt. What the fuck, wie groß ist das? Oh ja. Ach so, Chance war 84%. Lass sie sich jetzt gegenseitig angreifen hier drüben. Ist die Chance oder was? Hm, 84%. Oha. Jetzt aber hier. Das dauert, Alter. Das dauert sowas von Piss lang, bis so ein Teil aufgelevelt ist. Aber Angriffsschaden 1166 und Angriffsrate 1,16 pro Sekunde. Oh Gott, das Ding ist manchmal fertig aufgelevelt. Die feindliche Stärke beträgt jetzt nur noch 29%, wenn die hier dran sind. Oh Mann. Da ist so ein Oga wieder ganz klein. 25%. Oh ja, jetzt ist das Ding, ja. Alter, guck dir mal die Bolzen an. Guck mal, es nimmt jetzt das Ding komplett um. Ha. Die Puppe wird voll umgenietet. Oh, jetzt macht sie noch mehr Schaden. 1169. Jetzt macht sie wieder weniger. 1.709. Oh, jetzt hab ich cool. Und wer setzt, macht sie wieder wer? Oh, so viele Farben, ja. So viele schöne Farben. What the fuck? Guck mal, was ich kann. Raufelgopter. Raufelgopter. Wie geil. Ah, jetzt ist Taverla zugesprengt mit Fallen und Almen. Äh. Was hab ich noch für Sachen? Träklingen. Blockade. Und Bowling. Coolgeschütz. geschützt. Also ich glaube ich spiele jetzt mal ne Runde mit jedem. Mach das. Boah er wurde dich um 71 heilen alle, 0,74 Sekunden. Na ja. Was ist das jetzt? Ich mach Schluss heute. Okay. Kann sein, ein bisschen weiter spielen. Ich denke ich spiele jetzt immer noch 0,0. Ja, ich wahrscheinlich auch mal schauen. Also ich gepennt, mal gucken. Alter, bis morgen, ne? Ja, bis morgen. Ciao. Ciao. Online spielen? Ich lade ich gleich einmal. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Und heute einen guten Tag gehabt. Ging so Arbeit eben, ne? Ja, ich meine, wenn Arbeit Spaß macht. Geht so, langer Weg bis hin und zurück. Ach so. Ne Stunde oder so. So zwei Stunden pro Tag weg. Einfach nur für den Arsch. Okay. Ja, so ist das. Du warst dieser King 8000, ne? Ich denke. Nein. Also ja. Ja. Ja, passt schon. Ich kann dich nicht unterscheiden. Ich kann dich nicht unterscheiden. Gelagert ist Mana 584.000. Ich habe Geld ausgegeben. Ich habe Geld ausgegeben. Ich habe Geld ausgegeben. Ich habe ja vier Helden, ja. Und ich habe an den anderen Mal online so weitergespielt, bzw. Guck mal hier. Bleib mal stehen. Da, Heldeninfo. Was hast du da für einen Stab? Der ist ja aus 1 von 18. Ich würdest du den nicht mal aufwerten, oder was? Hast du den nicht aufgewertet? Ne. 1 von 18 erst. Ah ja, der ist neu. Ah ja, der ist neu! Hm, der habe ich noch nicht aufgewertet, deswegen. Ist klar. Was sind das denn für Gammeltiere, ey? Können sich sonst wo hinstecken? Hallo, Junge. Ist das passt? Bei mir hier für drei Millionen Tiere. Warte, was ist denn das für ein hässliches Zeug? Hier habe ich... Für 4000 oder so. Ich weiß jetzt auch, wie man dem Dingsbums das... Ah, wie heißt das jetzt? Wie man... Sprich dich aus. Wie man im Einzelspieler-Modus auch gewinnen kann. Also wenn du zum Beispiel auf Mittelspiel durchspielst. Und zwar du kannst, wenn eine Welle zu Ende ist, kannst du den Helden tauschen. Und dann baust du einfach mit dem, zum Beispiel mit dem Magier gerade Türme auf. Wie dämlich ist das denn? Dann wechselst du einfach den Helden zum Beispiel jetzt für den Menschen oder so. Und dann... Und die Türme bleiben da. Und wenn die Türme jemanden töten, bekommst du dafür die Erfahrung. Wie dämlich ist das denn? Ist doch voll geil. Ach quatsch. Hab ich auch schon gemacht. Hat voll Spaß gemacht. Naja. So, ich wollte... Ich glaube, wollte ich meine Ware... Alter, ich bin übelst schnell. Voll geil. Alter, ich habe Handschuhe, die 9000 wert sind. Voll krass, ne? Ja. So. Oh. 17.000, damit ich meinen Stab aufrüsten kann. Stufe 4 erst. Na gut. Rüsten wir mal auf. Uh. 33 Nahkampfschaden dazu. Wie geil ist das denn? Ah, guck ich an Feuerschaden. Boah, Juni. Die Geschossgeschwindigkeit noch Wunder dahin. Geil, das ist es. An-Kraftgeschwindigkeit Bonus. Mana Bomben Bonus. Würgesgeschwindigkeit Bonus. Aha. Gesundheit. Okay, jetzt kostet es zu viel. 44.000. Boah, Geschossgeschwindigkeit Bonus. Ja. Weitere Geschosse. So, ich bin... Ich bin... Die Geschossgeschwindigkeit liegt bei 404. Haha. Schon krass. Meine liegt bei... 34. Es ist meine bei 505. Haha. Es ist voll krank. Zusätzliche Feuerschäden, 109. Heldverstärkung. OMG. OMG. So, was haben wir denn für... Wollen wir Herausforderungen oder wollen wir die komischen Bonus-Missionen da weitermachen? Weil die waren irgendwie nicht so fetzig, wenn man vier Stück verteidigen muss. Mh. Mh. Ah, und hier sind... Achso, okay. Das ist noch deutsches. Ich hab mir viel damit gemacht, ich mach das jetzt hier. Ich mein... Okay, mach mal Herausforderungen, man. Von mir aus. Get. Äh. Get heißt kaufen, mein Kind. Ja, ich merk schon, ob es sich kaufen. Okay, na dann lassen wir die Herausforderungen, dann machen wir die Kampagne. Überall wo lossteht. Es gibt ja auch... Es gibt ja auch Herausforderungen, wo lossteht. Ja. Also... Ja gut, dann ist halt... Dann probieren wir das Ding mal. Das ist jetzt nicht dieses Vierer-Ding gewesen, aber trotzdem noch ein Stück weiter unten. Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch schwerer. Hm. Palantir. Ach Gott. Ja, ist natürlich scheiße, dass ich die Herausforderungen alle nicht spielen kann. Muss man sich kaufen, ist ja langweilig. Hm. Oh, verdammt. Verschluckt. Uh, zwei Kissies. Ja. 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 Oh, gerade noch so. Ich hab glaube ich überlegt, ich lass die die ganzen Kisten. Ich greife ja eh bloß Nahkampf an. Wir haben... Wie viele Kristalle haben wir dann? Eins? Oh, zwei, oder? Ja. Ist ja mal süß. Na dann viel Sprache über Zürme bauen. Also gucken, wo ich das baue. Jetzt mal hier muss ich verteidigen. Oh, hier. Hier kannst du richtig gut die Barrieren hinbauen. Ja, genau. Da. Da, wo du stehst. Erst dann baue ich die ganzen Barrieren, denke ich mal. Ich gucke mich ein bisschen um. Hier kommt auch Barriere hin. Da kommen schon wieder solche hässlichen Oga, ey. Jetzt schon. Ich weiß nicht, ob das Oga sind, falls diese Oga sind. Auf welche Schwierigkeit hast du mir die gestellt jetzt. Das ist immer noch mittel. Okay. Boah, Dudspeed zu geil. 45 Geschwindigkeit. So war's so hin gebaut dann. Am besten hier noch hinbauen, ne? Na klar. Ich bin noch dran. Weil, ich glaube... Okay, von da auch. Hast du noch genug Mana? 270. Ich hab noch 260. Die hätte ich dir vielleicht nicht wegsnacken sollen. Komm, wir sterben. Du kannst mir die eh geben, ne? Das funktioniert. Ja, ich... Handel und so. Ne? Handel und so, würde ich mal tippen. Äh, nein, anders. Wenn du auf i drückst, ne? Auf i drücken, ja? Na? Dann bist du im Inventar und dann steht da unten Mana ablegen. Unten links. Na? Äh, kann ich auch gleich irgendwie direkt alles? Ja, dann kannst du halt die Zahl angeben, wie viel Mana du abgeben willst. Äh, alles ablegen. Da hast du. Cool, jetzt hab ich 490 Mana. Wow, du bist ja ganz schön schlau, ey. Ja. Du bist ja so clever. Ja, ich bin einfach clever. So ein kleiner, cleverer Putzi. Rapuzzi. Bist auch ein bisschen verrückt, oder?